So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. In dem Shop hat heute Nacht wohl irgendwas nicht funktioniert, aber jetzt ist alles da. Ihr seht schon, Balenciaga Chic ist jetzt im Item Shop drin. Wie gesagt, die waren heute Nacht wohl nicht drin. Dann, vergesst nicht, hier das Schattenpaket ist halt im Angebot für 7,99 für drei Skins. Also da kann man eigentlich wirklich überhaupt nicht meckern. Plus noch die Lackierung, plus Rückenastezwahl. Ne, hier ist das Rückenastezwahl, hier ist das Emoticon. Also, wer da zuschlagen will, ihr wisst ja, gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns auch mal die neuen Skins an, beziehungsweise die neuen Stile. Wenn die Skins hatten wir ja alle schon. Ja, ist okay. Ist natürlich eine ganz andere Welt. Was haben wir bei ihm? Ich glaube, der hat gar nicht mehr Stile, oder? Ah, doch. Hä? Der Helm ändert sich, ne? Ja. Einmal silberne Rüstung drunter und einmal schwarze Rüstung. So, was ändert sich noch? Oh, der Hund. Sieht natürlich schon nice aus. Ich muss mich hier wieder raten, was er hat. Ich erkenne jetzt gerade keinen Unterschied. Hm. So, dann der Hund. Oh, drei Stile kriegt er sogar. Sieht schon geil aus. Und schwarz und weiß. Nice. Weil von hinten sieht der gar nicht mehr aus wie ein Hund. Ah, der ist schon nice. So, das gibt es natürlich. Dann haben wir noch was. Was haben wir noch hier drin? Das ist 100% auch Copyright. Und dann haben wir noch die Pickaxe mit drin. Ein Kleiter. Die Lackierung ist auch nice. Oh, da haben sie sich was einfallen lassen. Aber das Ganze gibt es natürlich alles wieder auch einzeln. Guckt euch einfach mal an, wie... Oh, das sind sechs Stile. Ah, den Schuh kann man sogar ändern. Okay. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall haben sie sich was einfallen lassen. Dann Kuschelbeauftragte drin. Birdie. Golfschläger natürlich auch drin. Dann ist Nickerchen mit drin. Gestrandeter Jonesy. Dann wieder ein bisschen Copyright. Dann ist Schlagfertig mit drin. Mimenspiel. Mein Idol. Nickerchen hatten wir schon. Dann wie gesagt, Bruno Mars Paket noch drin. Chloe Kim Paket noch drin. Schatten Paket. Minz Paket. Beziehungsweise mein Paket. Und denkt dran, 50% Rabatt. Denkt auch dran. Mainframe Schock Paket auch noch drin. Für vier Euro. Im lieben Sinne euch auf jeden Fall noch einen schönen Donnerstag. Und haut rein.